Hallo und herzlich willkommen meine Freunde. So, heute habe ich das, den Ritualdolch. Ja, der Ritualdolch, hier, das gute Ding, ähm, habe ich auch geschenkt bekommen. Und wie ihr seht, es hat eine sehr geschwungene Klinge. Hättest du mir gedacht. Hier kann ich die Klinge nochmal aus dem Namen zeigen, weil ich meine die mal gut sauber machen. Ich bin so unprofessionell. Ist nicht viel sauberer. Ja, egal. Hier haben wir eine schöne geschwungene Klinge und einen sehr fetten, gegossenen Griff. Das ist ein fucking Stück. Das ist massiv. Das Ding ist so grifflastig. Es ist einfach genau hier, weil sie nur einen Ziegenkopf. Ist das ein Ziegenkopf? Nein, das ist kein Ziegenkopf. Das ist irgendein anderer Kopf. Das ist saukool. Das Ding ist saukool. Hier haben wir noch Schlangen, glaube ich. Oder Gaia oder was auch immer. Es könnte vieles sein. Und ja, das ist einfach saukool, das Ding. Guck mal, wie geil das einfach aussieht. Stainless Steel. Au, hätt ich nicht gedacht. Auf jeden Fall ist es sau heftig. Und es ist ein bisschen scharf. Seht ihr das? Keine? Kein Shit. Das ist wirklich gerade. Und ja, dadurch, dass es so geschwungen ist, wäre es wirklich nützlich. Weil du hast dann hier diese Stellen, diese geschwungenen Stellen sind immer scharf. Also weil es dann weniger Fläche hat. Seht ihr so? Verstehst du? Das ist weniger, ähm, Dingsbums. Weniger Kontaktfläche. Und dadurch schneidet es dann tiefer. Und wie gesagt, das ist wirklich ein bisschen scharf. Nichts Schärfste. Aber, oder? Ja. Das ist halt ein sehr, sehr stumpfer Schliff, weißt du? Das ist halt jetzt nichts, was sehr tief schneidet. Aber es kann, wenn du genug Druck aufbaust, schon ein bisschen schneiden. Okay. So gut ist es auch nicht. Aber wie gesagt, es geht. Das Ding ist sau schwer. Wegen dem massiven Griff. Und das heißt, ja. Das heißt, man haut sich erstmal damit. Ich schneide das nicht raus, mir ist egal. Ähm, ja. Ich finde es halt sehr heftig. Deswegen, was wir damit nicht sehr schnell? Huch! Würde ich nicht im Kampf benutzen. Ist viel zu schwer. Viel zu langsam dadurch. Aber zum Aufbauen von dir machen. Am besten so Werfen auf kurze Distanz. Würde sehr gut funktionieren. Ähm, wir haben dazu hier noch so eine gammelige Lederhülle. Die nicht gut funktioniert. Höh, scheiße. Ja. Dann haben wir hier noch einen kleinen Beutel. Für Gold. Dran. Oder für die Zähne unserer Feinde. Wer weiß. Und. Ja. Ist doch ganz schick, oder? Kann man jetzt an sich nicht so viel mit machen. Gibt es auch nicht zu beschweren. Gefällt mir ziemlich gut, also Ding. Ich mag das. Sieht cool aus. Mit dem werde ich auch mal einen Schnitttest machen. Aber nur gegen Flaschen, nicht gegen was hartes. Voll gar relativ stabil. Ist halt einfach nur fett. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nur ein Vorstellungsvideo. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie ist die Kamera, Andrea, so schief? Hä? Warum so schief? Ah, hör auf. Don't be so schief, Kamera. You are a little bit too schief. You're not fest enough. Why are you not fest enough? Now you are fest enough. Okay. ensusm